Zu dem Preis gibt es woanders nur die Fußmatten. Mieten Sie den Smart für nur 19,95 pro Tag bei Starcar, der günstig gelben Autovermietung. Mein nervigster Gegenspieler war? Alexander Klepp. Mein lustigster Mitspieler war? Ich hab sehr viele gehabt. Meine Lieblingsmannschaft ist? Hertha BSC. Welcher Moment ist in deiner Karriere unvergesslich? Der Nicht-Abstieg mit Hannover 96. Zu Hause beschäftige ich mich am liebsten mit? Meinen Kindern. Mein größter Traum ist? Das ist schon schwer, ich hab viele Träume und mein größter Traum ist, einfach das Glück, was ich jetzt gerade habe, beizubehalten. Ich bin süchtig nach? Fußball. Vor dem Spiel sollte man niemals? Alkohol trinken. Nach dem Spiel? Schon. Verplay ist für mich? Immer die Wahrheit zu sagen. Weit unter Tarif bezahlt, mault aber nicht. Mieten Sie den Vito für nur 6,90 pro Stunde bei Starcar, der günstig gelben Autovermietung. Das war's für nur 6,90 pro Stunde bei Starcar, der günstig gelben Autovermietung. Das war's für nur 6,90 pro Stunde bei Starcar. Das war's für nur 6,90 pro Stunde bei Starcar. Das war's für nur 6,90 pro Stunde bei Starcar. Das war's für nur 6,90 pro Stunde bei Starcar. Das war's für nur 6,90 pro Stunde bei Starcar. Das war's für nur 6,90 pro Stunde bei Starcar. Untertitelung des ZDF, 2020